Hallo und herzlich willkommen bei der Saalfeld Kindersicherung. In diesem Video zeige ich Anwendern, die eine frühere Version der Kindersicherung verwenden, was es in der 2013er alles Neues gibt. Die Änderung, welche als erstes ins Auge fällt, ist das neue Icon. Dieses neue Icon zieht sich auch durch alle Infobildschirme. Selbst einige langjährige Kindersicherungsanwender wissen nicht, dass man dieses Bild selbst verändern kann, indem man unter Einstellungen allgemein einfach ein eigenes Bild eingibt. Optisch überarbeitet haben wir auch den Bereich Protokolle. Diese sind nun Bestandteil des jeweiligen Benutzers und zeigen in Balkenform an, wie lang der PC, das Internet und verschiedene Programme sowie verschiedene Webseiten gelaufen sind. Den Bereich Details haben wir, wie viele andere Bereiche auch, komplett auf die Registerkartenansicht umgestellt. Das soll Ihnen helfen, sich noch etwas schneller zurechtzufinden. Der E-Mail-Report kann nun wieder pro Benutzer aktiviert werden. Ein Wunsch vieler Anwender war es, eine zweite E-Mail-Adresse einzugeben. Das geht ab sofort im Feld Kopie. Bitte beachten Sie beim E-Mail-Report, dass ab der 2013er Version eine neue E-Mail-Adresse einmalig bestätigt werden muss. Sollten Sie den Report in einer früheren Version schon benutzt haben, haben wir das für Sie bereits erledigt. Im Zweifelsfall probieren Sie einfach die Test-Mail noch einmal aus. Beim Internet-Filter ist eine neue Filterstufe hinzugekommen. Diese erlaubt es, dass aufgerufene Webseiten protokolliert werden, sonst aber nichts weiter gefiltert wird. Bei den Bonus-Webseiten können Sie nun auch ganze URLs aufnehmen. In früheren Versionen ging das nur mit den Hauptdomains. Den Bereich Programme haben wir ebenfalls auf die Registerkartenansicht umgestellt. Auch bei den Programmen gibt es jetzt mehrere Filterstufen. Etwas versteckt ist die Option unerwünschte Programme, wie zum Beispiel File-Sharing und Tauschbörsenprogramme zu sperren. Diese finden Sie nun unter Blockiert, Saalfeld Blacklist verwenden. Standardmäßig ist diese Option aktiviert. Einiges unter der Haube hat sich bei der Internet-Fernsteuerung getan. Bei der Fernsteuerung arbeiten wir permanent an Verbesserungen, die auch in kommende Updates einfließen werden. Neu ist die Roaming-Funktion, mit der Sie Einstellungen von einem anderen PC beziehen können. Damit können Sie dann Einschränkungen zentral auf einem PC verwalten, die dann automatisch auf alle angeschlossenen PCs verteilt werden. So etwas ist insbesondere für Klassenräume oder für Haushalte mit mehreren PCs interessant. Das waren im Großen und Ganzen die Neuheiten der 2013er-Version. Falls Sie Fragen haben, stehen wir unter Support at Saalfeldnet gerne zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuschauen!